Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 10. Januar 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten wieder traditionell im Süden an der Dnepr-Front. Hier passiert weiter nicht sonderlich viel. Die russischen Streitkräfte beschießen in den vergangenen 24 Stunden weiter die Städte Kherson, Antonievka und Chornobayevka. Die Ukrainer trafen wohl hier in Skadovsk russische Positionen. Was genau getroffen wurde, ist unklar. Allerdings wurden aus dieser Stadt Explosionen gemeldet. Nördlicher beschossen dann die Russen entlang des Dnepr-Flusses, die ukrainische Stadt Zolotabalka hier zu sehen und nördlicher die Stadt Marchan jetzt direkt nördlich von Enerhodar. Soviel dann erstmal zu dem Abschnitt. Auch die Ukrainer antworten natürlich hier auf frontnahe Positionen. Es kommt weiter zu Artillerie-Duellen, vor allem weiterhin um Kherson. Wir gehen in Richtung Saporizhia. Hier beschießen die russischen Streitkräfte erneut ukrainische Positionen entlang der Frontlinie zwischen Kamenska-Orichov und Choliapolje, wobei natürlich die drei Stützpunkte besonders getroffen werden. Es kommt hier weiter zu Kämpfen um Dorozhnyanka. Heute gab es die Information, dass die Ukrainer vollständig dieses Dorf eingenommen haben. Das Zorch befand sich vorhin in der Grauen Zone und zwar über einen längeren Zeitraum und nun sind die Ukrainer wieder vollständig in diesem Dorf präsent. Hier kommt es, wie gesagt, teilweise zu Gefechten, allerdings hier auch kein größeres Ausmaß, weshalb wir das Ganze auch überspringen können. Um Vylykandavasilka bzw. Vylykandavasilka bzw. Vylykandavasilka in der Donetsk-Region beschießen die russischen Streitkräfte intensiv die Stadt Vylykandavasilka. Die Ukraine antwortet hier teilweise ebenfalls auf russische Positionen. Vylykandavasilka wurde erneut beschossen. Es gab gestern Berichte, dass die Ukrainer um Vylykandavasilka eine größere Streitkraft konzentrieren und möglicherweise hier sich vorbereiten für die nächste Offensive. Zum heutigen Tag gibt es hier keine weiteren Updates. Es gab aber auch keine weiteren Informationen über diese ukrainische Gruppierung. Deshalb warten wir auch hier weiter auf Neuigkeiten. Gerade aus dem Raum Vylykandavasilka. Damit bewegen wir uns in Richtung Donbass. Starten wieder westlich von Donetsk. Hier griffen die russischen Streitkräfte erneut in Richtung Pobeda und in Marienka an. Beide Angriffe waren erfolglos. In Marienka wird weiter in der Nähe des Stadtzentrums entlang der Druschpustraße gekämpft. Die Russen haben auch zum heutigen Tag keine Erfolge. Nördlicher wurde Krasnogorovka beschossen. Und Angriffe in Richtung Nevelsky von der russischen Seite wurden heute erneut von der ukrainischen Seite zurückgeschlagen. Berwomalsky wurde ebenfalls von russischer Artillerie getroffen. Ansonsten kommt es lokal zu kämpfen. Östlich von Avdivka. Hier allerdings auch kaum Veränderungen zum heutigen Tag. Damit gehen wir jetzt zum Höhepunkt der aktuellen Situation, des aktuellen Konflikts. Und zwar in Richtung Bachmut. Hier gab es einige Veränderungen und einige neue Informationen, die ich versuche jetzt hier möglichst genau an euch weiterzugeben. Wir starten wieder südlich von Bachmut entlang des Siverski Donetsk Donbass-Kanals. Südlich von Klischivka. Hier greifen die Russen weiter an in Richtung Klischivka. Heute gab es hier einen Fortschritt entlang des Siverski Donetsk Donbass-Kanals, den wir hier kennen können. Die Russen konnten hier südlich in Richtung Klischivka eine ukrainische Position einnehmen und hier einige hundert Meter vorrücken. Und damit bedrohen die Russen jetzt auch vom Süden her die Stadt Klischivka noch mehr. Es kommt hier zu Kämpfen im südlichen Teil, beziehungsweise noch nicht vollständig im südlichen Teil des Dorfes. Die Ukraine halten hier allerdings weiter ihre Positionen. Und es sieht nicht danach aus, als würden die ukrainische Zeiten ihre Positionen aufgeben. In dem Sinne hier auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall nennen müssen, ist dieser Fortschritt von der russischen Seite. Ich kann mir vorstellen, dass die Russen auch hier nach den zahlreichen erfolglosen Frontalangriffen versuchen werden, die Stadt mehr oder weniger einzukesseln. Es gab ja vorgestern schon den ersten Versuch vom Norden, der von der ukrainischen Seite zurückgeschlagen wurde, hier südlich der Eisenbahnlinie. Jetzt, wie gesagt, gibt es die Versuche vom Süden. Und ich kann mir vorstellen, dass die Russen weiter versuchen werden, hier gerade über die zwei Flanken anzugreifen und die Ukraine dazu zu zwingen, früher oder später ihre Positionen hier in Klischivka zu verlassen. Nördlicher wird weiterhin Opitner gekämpft, wobei wir hier auch zum heutigen Tag keine weiteren Updates haben. Hier berichten einige Kräfte weiter über Kämpfe, aber wesentliche Veränderungen an der Frontlinie gab es hier nach meinen Informationen nicht. Opitner bleibt nach wie vor noch nicht vollständig unter russischer Kontrolle. Die Ukraine verschanzen sich weiterhin im nördlichen Teil der Stadt. Es kommt weiter im nördlichen Teil der Stadt zu kämpfen und somit können wir hier noch nicht über den Fall dieses Dorfes reden. Jetzt bewegen wir uns in Richtung Bachmut, starten hier im östlichen Teil der Stadt. Hier konnten die russischen Stratkräfte sich wohl erneut etwas weiter in Richtung Bachmut vorbewegen. Und zwar hier weiter entlang der Fjodra-Maximenka-Straße, hier die östlichste Straße von Bachmut. Hier wird weiter gekämpft. Ich habe auch hier leider keine genauen Koordinaten, wo die Kämpfe stattfinden. Wir werden weiterhin in der Nähe der Pjodra-Travendewa und Fjodra-Maximenka-Straße, so wie hier mehrere Quellen nahelegen. Wie gesagt, hier wird berichtet, dass die Russen kleine Erfolge hatten in den letzten 24 Stunden. Allerdings auch hier nichts wirklich Nennenswertes. Entlang der Patrizol-Mumbe-Straße wird auch weiter gekämpft. Allerdings auch hier keine Neuigkeiten. Wir kommen damit zum ukrainischen Dorf Bithorodne. Hier wird von ukrainischen Quellen berichtet, dass die Ukrainer dieses kleine Dorf nördlich von Bachmut vollständig kontrollieren, beziehungsweise nahezu vollständig kontrollieren. Das Ganze kann ich nicht bestätigen. Das Ganze wurde auch von den russischen Quellen noch nicht bestätigt. Ich vermute, dass die russischen Streitkräfte aktuell bis an die M03-Straße vorgerückt sind und hier entlang dieser Straße Kämpfe geführt werden. Und dass die Russen jetzt versuchen werden, diese Straße zu überqueren und den westlichen Teil von Bithorodne einzunehmen. Hier sehen wir in grau markiert, dass Bithorodne durch diese Straße mehr oder weniger in zwei geteilt wird. Und deshalb wird vermutlich hier der Angriff in Richtung des Bachmutka-Flusses und der Westseite des Dorfes in den nächsten Tagen von den russischen Streitkräften verstärkt. Und wir können erwarten, dass hier weiter gekämpft wird. Nach meinen Informationen ist Bithorodne noch nicht vollständig unter russischer Kontrolle. Und das trotz ukrainischer Berichte, dass das Dorf gefallen ist. Ich warte hier auf weitere, genauere Updates und werde natürlich darüber berichten. Nördlicher konnten die russischen Streitkräfte ebenfalls vorrücken. Und zwar geht es hierbei um den Abschnitt in Richtung Paraskowivka hier zu sehen. Dieses Dorf direkt an der Kreuzung der M03 und der T05-13-Straße, die dann hier in Richtung Bachmut führen. Denn hier konnten die Russen etwas nördlich von Bithorodne und südlich von Krasnachora durchbrechen und wohl in Richtung des Bachmutka-Flusses vorrücken. Ich habe noch keine Bestätigung darüber, dass die ukrainischen Streitkräfte die östliche Seite des Flusses hier verlassen haben. Ich vermute, dass die Ukrainer sich hier in Richtung Krasnachora zurückgezogen haben, um hier die Verteidigung des Dorfes aufzunehmen. Krasnachora wird aktuell frontal angegriffen und jetzt können wir erwarten, dass auch südlich die ersten stärkeren Angriffe von der russischen Seite erfolgen werden. Die Russen befinden sich nach meinen Informationen noch nicht vollständig in diesem Dorf, beziehungsweise verschanzen sich aktuell noch nicht in diesem Dorf, sondern noch an den Grenzen des Dorfes, wo aktuell Kämpfe geführt werden. Hier auf jeden Fall ebenfalls mehr Druck von der russischen Seite zu erwarten, nachdem man hier diese Felde überquert hat und erobert hat. Und das Ganze nicht nur südlich, sondern auch nördlich, wo die Russen auch weiter vorrücken und sich hier in Richtung des Bachmutka-Beziehungsweise in Richtung der Eisenbahnlinien vorbewegen. Mit einem Erfolg in Pithorodnik-Krasnachora können wir natürlich auch weiter erwarten, dass die russischen Streitkräfte hier ihr Hauptziel nicht aufgegeben haben. Und das Hauptziel dieser ganzen Operation bleibt vermutlich auch weiter die Stadt Bachmut. Hier werden die Russen vermutlich mit diesen Einheiten dann versuchen, sich entlang des Bachmutka-Flusses in den östlichen Teil der Stadt Bachmut vom Norden zu nähern und hier die nächste Front der Stadt zu eröffnen, um dann die Ukraine eben von drei Seiten möglichst über den Bachmutka-Fluss in Richtung Westen zu drängen. Das wird vermutlich hier die nächsten Wochen möglich, wenn die Russen hier tatsächlich diesen Erfolg in Pithorodnik-Krasnachora haben, dann wird vermutlich diese Nachricht bzw. werden diese Kämpfe vermutlich die nächsten Wochen hier die Informationen bzw. Entschuldigung, die Front dominieren. Jetzt kommen wir zur Stadt Solidar. Hier gibt es ebenfalls einige Informationen. Ich wiederhole nochmal die Ereignisse des gestrigen Tages. Gestern Abend stürmten Wageneinheiten die Stadt und so wie es aussieht, konnten diese Einheiten weiter in Richtung Stadtzentrum vordringen. Es gab heute, und damit beginne ich, ein Video von Wageneinheiten südwestlich des Krankenhauses hier in irgendeinem Gebäude, welches ich jetzt nicht genau lokalisieren kann. Ungefähr hier, wo wir diesen roten Stern sehen, wurde das Video aufgenommen und das Video legt nahe, dass sich Wageneinheiten in diesem Gebäude verschanzt haben und hier diese Positionen eingenommen haben. Damit sind diese Einheiten hier im Stadtzentrum präsent, konnten hier wichtige Stellungen im Stadtzentrum einnehmen, was nahelegt, dass gestern bei dem Sturm der Stadt Erfolge erzielt wurden. Aktuell wird weiter um jede Straße und um jedes Haus gekämpft. Das Ganze hat weiterhin einen sehr intensiven Charakter. In meinem Telegram-Kanal werde ich dazu einige Videos mit euch teilen. Ich vermute, ich schaffe das Ganze noch heute Abend. Wobei wir im Vergleich zu den letzten Tagen heute eher eine geringere Intensität an der Front erleben. So berichten zumindest ukrainische Kämpfer direkt aus der Stadt. Die Russen setzen nun neben Wageneinheiten auch reguläre Einheiten der russischen Streitkräfte ein. Solidar bleibt hier also aktuell auch weiter die Priorität Nummer 1. Es wird weitere Verstärkung in diese Richtung geschickt. Beide Seiten haben große Verluste. Das Ganze bestätigen auch beide Seiten. Berichtet, dass die Russen nördlich von Solidar hier diese Erhöhung angenommen haben, mit diesem grünen Symbol hier markiert. Kann ich nicht bestätigen. Das Ganze kam aus einer russischen Quelle. Hier warte ich noch auf genauere Informationen, wobei das Ganze hier natürlich auch nicht auszuschließen ist. Aber mit dieser Information bin ich erstmal heute vorsichtig. Insgesamt wird aktuell aus mehreren Richtungen in Richtung Solidar angegriffen. Vor allem eben hier vom Norden, vom Osten und vom Süden. Was das Salzbergwerk betrifft, so gibt es hier ebenfalls einige Neuigkeiten. Ich beginne damit, dass die 46. Die 46. ukrainische Brigade heute über eine äußerst kritische Situation in der Stadt berichtet. Und die 46. Brigade vergleicht hier ihr eigenes Schicksal mit dem der 36. ukrainischen Brigade und des Regiments Asov. Hier der kleine Rückblick in Richtung Frühling des Jahres 2022 und die Schlacht um Mariupol. Hier dann die klare Anspielung in meinen Augen auf die Schlacht um Mariupol und der Vergleich des Salzbergwerks mit den unterirdischen Systemen, mit dem metallurgischen Kombinat Asovstal. Das Salzbergwerk wird auf jeden Fall noch vollständig von der Ukraine kontrolliert. Hier wurde noch, nach meinen Informationen, kein Teil des Bergwerks gestürmt. Die Ukrainen nehmen dort weitere Positionen ein. Und wir können davon ausgehen, dass die Russen versuchen werden, hier auch das Salzbergwerk in den nächsten Tagen einzukesseln, sofern die Russen hier im Stadtzentrum weitere Erfolge in Richtung des Mokra-Plotverflusses haben werden. Auf jeden Fall können wir diesen Informationen der 46. ukrainischen Brigade vertrauen. Die Situation ist für die Ukrainer kritisch und wir werden sehen, wie sich die Situation hier konkret in den nächsten Tagen entwickeln wird. Zahlreiche russische Quellen verbreiten in den letzten Tagen, ich würde sagen in den letzten 24 Stunden, hier unten die Information, dass die Ukrainer beim Fall von Solidar die Stadt Bachmut vollständig aufgeben werden, weil das Ganze hier dann keinen Sinn mehr hätte, diese Stadt zu verteidigen. Und dass man sich dann in Richtung Sivirsk hier zu sehen und in Richtung Slavyansk hier zu sehen zurückziehen wird, um hier neue Verteidigungspositionen einzunehmen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist bekannt, dass die Ukrainer auch nach, auch nach Bachmut hier in Richtung Kostantinovka mehrere Verteidigungslinien, um genau zu sein, mehrere sehr gut ausgebaute Verteidigungslinien haben. Ein Rückzug bis nach Slavyansk ist vermutlich hier auch Wunschdenken von der russischen Seite insgesamt. Wer daran glauben will, gerne, aber nöchtern rational betrachtet, wird das Ganze hier nicht passieren. Nördlicher von Solidar in Richtung Rostolivka wird weiter angegriffen, wobei hier die Russen ihre Einheiten vor allem in Richtung Solidar geworfen haben, um hier diesen Angriff zu verstärken. Deshalb sehen wir hier in den letzten Tagen nicht allzu starke Angriffe in Richtung der Dörfer Vesele und Rostolivka, beziehungsweise auch Krasnapolivka. Soviel dann zu der Situation um Solidar und Bachmut. Wir bewegen uns jetzt zum Abschluss noch in Richtung Norden, in Richtung Kremina. Um genau zu sein, hier gibt es auch einige Informationen. Es wird weiter gekämpft, und zwar sowohl südlich als auch nördlich von Kremina und in der Nähe von Zibrova und Kusimne, hier zu sehen. Die ukrainische Artillerie traf heute wohl ein russisches Munitionsdepot. Das Ganze wurde mittels Video heute bestätigt von der ukrainischen Seite. Die Situation wird sich somit gerade hier südlich, südwestlich von Kremina für die ukrainischen Streitkräfte deutlich erleichtern, zumindest einmal temporär. Der ukrainische Generalstaat berichtete heute, dass ein russischer Angriff bei Kusimne abgewehrt wurde, hier zu sehen. Das Ganze legt natürlich nahe, dass die Ukrainer nicht weit weg von diesen zwei Dörfern sind, dass die Ukrainer möglicherweise schon Positionen in der Nähe der Dörfer erobert haben. In jedem Fall wird hier weiter gekämpft. Der ukrainische Gouverneur Haidai berichtet, dass die Kämpfe in den nächsten Tagen enorm zunehmen werden, gerade auch wegen der tiefen Temperaturen, die hier in den letzten Tagen herrschen. In den letzten zwei Tagen gab es hier Temperaturen bis zu minus 20 Grad, worüber auch hier die Soldaten von diesem Frontabschnitt klagen. Uns bleibt hier erstmal nichts weiteres übrig, als abzuwarten, wie sich die Situation in den nächsten Tagen entwickeln wird. Die russischen Streitkräfte beschießen derweil auch weiter ukrainische Positionen, vor allem weiter in Ternil und in Nevsky. Hier in Ploschanka gab es Kämpfe. Eine ukrainische Quelle berichtet, dass die Russen in der Gegend und Ploschanka Kräfte zusammenziehen für eine offensive. Ziel der Russen bleibt hier auch weiterhin in Richtung des Zerebetsflusses vorzurücken und die Ukrainer vollständig auf die Westseite des Flusses zu drücken. Hier können wir auf jeden Fall weitere Kämpfe erwarten. Die Ukraine versuchen hier nach wie vor dieses Dorf einzunehmen und damit die R66-Straße vollständig abzuschneiden. Die Russen sind sich natürlich hier der Situation bewusst, haben deshalb in den letzten Tagen hier größere Streitkraft in diesen Abschnitt verlegt, sowohl in Richtung Kremina und Czerwonopapivka als auch in Richtung Ploschanka. Und allgemein entlang der R66-Straße konnten die Russen in den letzten Tagen ihre Einheit nochmals stärken und hier erwarten einige ukrainische Quellen, dass die Russen allgemein zu einer größeren Offensive greifen werden, wegen der großen Streitkraft, die entlang dieser Linie konzentriert ist, um hier die Ukrainer wieder auf die Westseite des Zerebetsflusses zu drücken, um dann hier günstigere Verteidigungspositionen einzunehmen. Ansonsten nördlicher gibt es erstmal von meiner Seite keine weiteren Informationen, die ich hierzu erhalten habe. Es wird wohl lokal weitergekämpft, die russischen Streitkräfte versuchten heute erneut Richtung Stelmachivka anzugreifen, vermutlich auch hier über Kolomitschicha. Dieser Angriff wurde von der ukrainischen Seite abgewehrt und alles verbleibt erstmal beim alten Status. Ob hier noch der nördliche Teil von Kolomitschicha vollständig von der Ukraine kontrolliert wird, das wage ich aktuell zu bezweifeln, wegen der verstärkten Angriffe in den letzten Tagen in Richtung Stelmachivka. Deshalb könnte es sein, dass die Frontlinie hier aktuell auch nicht der Realität entspricht. Soviel dann erstmal zum 10. Januar 2023. Vielleicht noch ganz kurz hier die Ergänzung, dass die russischen Streitkräfte in den letzten Tagen sehr intensiv die zwei Städte Dvoritschner hier zu sehen und die Stadt Kupiansk beschießen. Beide Städte liegen am Ostgielfluss und die ukrainischen Streitkräfte konzentrieren hier weiterhin größere Mengen ihrer Streitkraft in diesen zwei Städten. Jetzt endgültig das Ende für den heutigen Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, gerne den Kanal abonnieren und das Video teilen. In der Videobeschreibung nochmal zur Erinnerung findet ihr auch meinen Telegram-Kanal, wo ich regelmäßig zusätzliches Material zu der Situation in der Ukraine und allgemein in der Welt teilen werde. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder fürs Zuhören und wünsche einen wunderschönen Abend. Vielen Dank.